Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner, Frank und Frey. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frey hier auf Nuo Wieso. Und heute habe ich mich mal ein bisschen inspirieren lassen vom aktuellen Zeitgeschehen. Denn es läuft gerade die Fußball-Weltmeisterschaft und auch wir hier bei Nuo Wieso können uns dem nicht ganz entziehen. Und es ist ein interessantes Thema. Ich habe da auch ein ambivalentes Verhältnis dazu. Und keine Sorge, es wird jetzt hier nicht um irgendwelche sportlichen Fragen oder so weitergehen. Sondern ich sehe halt den Fußball schon auch als Teil der Popkultur. Das ist halt etwas, was die Massen interessiert. Und es ist auch Popkultur und auch dieses Phänomen von Masseninszenierung. Und ich habe da wirklich so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Zum einen mag ich Fußball gerne. Habe ich schon immer gemocht. Habe ich als Kind gerne gespielt, auch als Erwachsener. Und selbst heute schicke ich manchmal meinen maroden Leib da nochmal auf den Platz. Aber auf der anderen Seite, was ist auch schon mein ganzes Leben lang, sind mir auch so ein paar Dinge so suspekt. Also diese Art von Masseninszenierung. Und wie man das dann auch instrumentalisiert. Und ja, deswegen möchte ich heute mal so ein bisschen da meine Gedanken dazu mit euch teilen. Zum einen würde ich mal sagen, dass das Spielen für uns Menschen was ganz Natürliches ist. Und es ist grundsätzlich was Gutes. Wir sind auf dieser Welt, um zu spielen auch. Wir sind nicht nur hier, um irgendwie wie Asketen, streng irgendwie zu leben. Sondern wir sind auch hier, oder wir sind in erster Linie überhaupt hier, um sinnliche Erfahrungen zu machen. Um Freude zu machen. Sinnliche Erfahrungen heißt mit all unseren Sinnen. Riechen, Sehen, Hören, Schmecken. Aber eben auch Tasten, Laufen, Rennen, Bewegung. Das sind Dinge, dafür sind unsere Körper geschaffen. Dafür sind wir hier. Und ich glaube, das ist was ganz Kindliches, was ganz Uraltes, dass Menschen miteinander gespielt haben. Ich glaube auch so was wie so eine Art sportlicher Wettkampf. Das ist, glaube ich, auch schon was ganz Altes. Dass einfach junge Leute, gerade auch junge Männer, mal testen, wer ist der Stärkere von beiden. Wer kann schneller rennen, wer kann einen Speer weiterwerfen oder einen Diskus. Das sind ganz alte Dinge. Das ist was Natürliches. Und das ist nichts, worüber man die Nase rümpfen muss oder sowas. Man sieht es ja selbst in der Tierwelt. Also auch dort gibt es diese Idee von sich mal messen miteinander. Und das ist was Natürliches. Und es ist harmlos. Dem kann man nachgeben. Aber in der Tat, was halt mir schon immer, und bei Musik ist es ähnlich, schon immer so ein bisschen irritiert ist, wenn es so diese Masseninszenierungen sind. Also da ist es für mich irgendwie immer komischer. Und schauen wir uns mal einfach mal in so einem Bild ran hier, wie sich das heutzutage darstellt. Das ist von der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ist. Es könnte auch vor vier Jahren gewesen sein. Es spielt auch letztens keine Rolle. Es geht einfach nur darum, um sich ein bisschen, ihr kennt ja all diese Bilder, sich so in Erinnerung zu rufen, wie der Fußball überhaupt präsentiert wird. Ich meine, es geht schon los in der Architektur der Stadien. Ein Stadion ist wie alle Architektur oder alle große Architektur, hat es auch immer eine gewisse Symbolkraft. Es drückt ja auch was aus. Und heutzutage haben wir supermoderne Arenen, Arenen nennen wir die, Arena ist auch schon ein interessanter Ausdruck, eigentlich. Und die zeigen schon, also das ist auch schon sowas Protziges, wo es aus meiner Meinung nach auch oft dann zu weit geht. Aber auch da wieder ambivalent. Ich bin auch fasziniert von der Architektur und finde sowas auch interessant. Aber dann halt auch so die ganzen Art von Präsentationen. Es sind überall Flaggen auch da. Das ist auch so ein Thema. Es braucht immer irgendwelche Dinge, auf die sich die Leute konzentrieren. Irgendwas Ikonhaftes, was Bildhaftes. Flaggen, Fahnen, Nationalhymnen, Logos. Das ist so diese moderne Welt. So werden diese Dinge inszeniert. Und warum eigentlich? Ich meine, man könnte es ja vielleicht auch anders machen. Aber das sind tatsächlich so Dinge, das geht schon zurück auf Edward Bernays, der schon festgestellt hat, das ist halt, wie der Mensch tickt. Der Mensch braucht schon so diese Idolen, diese Projektionsfläche, auf die du dann irgendwas reininterpretierst. Und das wird so zelebriert. Und das macht man durchaus in den verschiedenen kulturellen Rahmen. Also das ist jetzt halt so, wie es heute aussieht. Das kennen wir alle. Hier mal ein Bild aus der DDR. Das war in Ostdeutschland. Das war ja auch in diesen, und ist auch heute noch so, in diesen kollektivistischen Gesellschaften. Sowohl Sozialismus, aber genauso auch Nationalsozialismus und diese Geschichten. Da ging es ja auch immer darum, dass der Fokus weggeht vom Individuum, vom einzelnen Menschen hin auf eine Gemeinschaft, auf ein Kollektiv eben. Deswegen ist Kollektivismus, im Gegensatz zu Individualismus. Und in diesen kollektivistischen Systemen, da waren die natürlich richtig groß drin, solche Sachen zu machen. Also da waren dann so Masseninszenierungen, wo du sogar, wenn du auf der Tribüne saßt, auch Teil warst von dem Ganzen. Also wie hier, da gibt es eine klare Vorschrift, bei welcher Minute du dann welche Farbe hochhalten musst, damit da diese großen Bilder entstehen. Und gleichzeitig auf dem Platz sind dann zum Teil hunderte. Manchmal sind es bei so Großveranstaltungen, die besten sind ja so in Asien, China, Korea und so. Also da sind ja manchmal Tausende von Menschen auf dem Platz, die da wie gleichgeschaltet funktionieren. Und das ist auch so diese Symbolik. Und auch da, ich finde es zum einen faszinierend, wie aus lauter Individuen auf einmal so etwas Großes wird. Finde ich faszinierend. Auf der anderen Seite ist es, finde ich es auch wiederum zutiefst irritierend, weil es halt kein natürlicher Flow ist. Also ich bin ja auch überzeugt davon, dass wir als Individuen, wenn wir frei uns bewegen, dann auch ein Kollektiv bilden können. Was funktioniert, was sich trägt, wo alle Bedürfnisse erfüllt werden können. Aber in diesen Dingen ist es halt immer, da ist ein klarer Plan, eine Choreografie, dass ein Regisseur, da ist nichts dem Zufall überlassen. Und sowas finde ich dann schon immer ein bisschen irritierend. Die ersten, die das in der Moderne so richtig groß gemacht haben und das erkannt haben, weil sie auch tatsächlich eben PR-Propaganda, war damals der Begriff, heute sagt man PR, das ist dasselbe so, es geht auch dasselbe zurück. Das waren die Nationalsozialisten, die haben das schon relativ früh entdeckt, wie man am besten so Masseninszenierungen macht, wo du dann echt, wenn du da als Individuum teilnimmst und es gibt da zahlreiche Berichte von Leuten, die das gemacht haben, die da erzählen, wie du da echt aufgehst in dieser Masse und dieses Gefühl bekommst für dieses große Kollektiv und auch für eine Stärke, die das hat. Das hast du in Ansätzen immer noch, wenn du heute in so ein großes Fußballstadion gehst, also auch dieses Wir-Gefühl und so, das du dich da reinlegen kannst. Ja, aber die Nationalsozialisten waren mit die Ersten, die das auch einfach zur Meisterschaft getrieben haben. Und die Olympiade in Berlin, heute rede ich zwar mehr über Fußball, aber Olympia ist ja nichts anderes, war auch so die erste Großveranstaltung, wo man ein paar so Dinge eingeführt hat, die heute noch gelten, zum Beispiel der Fackellauf oder sowas. Da meinen ja alle Leute, das ist eine schöne antike Tradition und so weiter, ja, im Endeffekt auch entzündet dann durch einen Brennspiegel und so weiter. Aber dieser Fackellauf, der wurde das erste Mal gemacht 1936 in Berlin. Und Leni Riefenstahl, die große Regisseurin, die hat das ja dann auch mit der Kamera aufgefangen. Und es ist heute noch beeindruckend, wenn man so die Dokumentarfilme von Berlin 36 sieht. Es waren die Ersten, die das so geschafft haben. Und danach haben das alle anderen Länder auch gemacht. Also es wird ja heute auch wieder gesagt, heutzutage ist ja die Weltmeisterschaft in Russland und da ist ja auch so eine große politische Agenda am Laufen. Das ist mehr Russland, das ist der böse Putin. Und Putin nutzt die Spiele für sich. Aber ey, jeder hat die Spiele für sich genutzt. Das war schon immer so. Das ist auch tatsächlich eine von den Grundideen von diesen Massenveranstaltungen, dass man die natürlich schon nutzt. Also auch für seine Agenda und sich dort, das ist jetzt erst mal harmlos auch, dass man sich halt vorstellen will und natürlich möglichst in einem guten Licht erscheinen will. Das ist ja klar. Ich meine, das haben die Deutschen 1936 gemacht, das machen die Russen 2018, das haben die Koreaner, Amerikaner, Südafrikaner, wo auch immer solche Veranstaltungen sind, schon immer gemacht. Das ist auch eine Idee davon. Das ist gar nicht weiter schlimm mehr. Das wollte ich da nur sagen. Ja, und wo ich schon Edward Bernays erwähnt habe, Edward Bernays, der hat ja selber auf seine Erkenntnisse gekommen, wie so die Psyche funktioniert und auch Massensuggestionen, wie man die machen kann. Der hat da seine Erkenntnisse aus der Antike gezogen. Das ist tatsächlich so. Der hat halt geguckt, wie war das bei den Römern, auch bei den Griechen und hat dort schon genau diese ganz grundlegenden Mechanismen gesehen. Und tatsächlich ist Fußball, Massenveranstaltungen, das ist alter Stuff. Hier sehen wir ein Bild aus dem antiken Rom. Es ist jetzt natürlich kein Originalbild, logisch, aber das ist wahrscheinlich irgendein Film oder sowas. Aber so hat das ausgesehen. Das weiß man von zahlreichen Reliefs, wo diese Bilder drauf sind. Und ich meine, das ist im Grunde genommen, wenn wir das anschauen, gar nicht so sehr anders als die Bilder, die wir vorher gesehen haben. Es ist letztens das Gleiche. Du hast also auch hier in den Stadien, du hast gewisse Fahnen, gewisse Insignien. Du hast auch schon im antiken Rom, so wie du es heute auch hast, eine unterschiedliche Verteilung auf den Plätzen. Du hast die Plebs, die Stehplätze. Du hast dann irgendwann die Ehrenloge, also bis hoch zur Ehrenloge, wo in römischen Zeiten halt dann die Senatoren oder auch der Kaiser saß. Genau das Gleiche hast du heute auch noch. Und dann hast du halt ein Turf, eine Arena, wo halt dann das Entertainment stattfindet. Und ja, da haben sich natürlich schon gewisse Dinge geändert. Also hier ist es sehr schockierend, wenn man sich anguckt, wie die Römer, was die als Entertainment empfunden haben, weil da haben Leute dann echt ein bisschen aufs Blut gekämpft und Grausamkeiten sind abgelaufen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber die Grundidee ist dieselbe. Und so gesehen könnte man schon sehen, vielleicht ist es auch eine Fortentwicklung, dass wir heute jubeln wir beim Fußball denen zu und da tut sich auch mal einer weh oder sowas. Aber es ist kein Vergleich wirklich zu den lebensverachtenden Spielen, die damals in Rom aufgeführt wurden und anderswo zur Unterhaltung der Massen. Und das ist aber, was es war. Unterhaltung der Massen. Und zwar wirklich ein wahrstes Wort, das ist ein Unterhalt. Es ist wesentlich mehr. Bei diesen römischen oder antiken Spielen ging es um wesentlich mehr, als jetzt nur irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. sondern es ging wirklich darum, die Masse im Zaum zu halten. Es gibt ja diesen legendären Spruch Brot und Spiele, Pane Exercentes, der natürlich jetzt so rund um die WM oft zitiert wird. Und viele Leute sagen ja auch, jeder, der sich da mit Fußball beschäftigt, der lässt sich da nur ablenken. Aber so leicht ist es nicht. Denn wie gesagt, es ist Popkultur und wir schauen uns all diese Dinge an. Aber dieser Spruch, Pane Exercentes, der hat schon eine größere Tiefe, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen mag. Der Spruch stammt von Juvenal, römischer Satiriker. Und Juvenal hat wirklich mehrere so Dinge rausgehauen, die es echt auf den Punkt bringen. Und mit diesem Brot und Spiele hat er damals auch schon zwei Dinge eigentlich gleichzeitig angesprochen. Zum einen natürlich den Vorwurf an die Obrigkeit, dass sie eben genau diese Mechanismen ausnutzen. Sie geben dem Volk Brot und Spiele, um dadurch ihre eigene Herrschaft halt irgendwie zu halten. Und tatsächlich muss man es wörtlich nehmen. Zu römischen Zeiten hat die Plebs, das ist ein römischer, lateinischer Begriff, damit war das einfache Volk gemeint, die keinen großen Einfluss hatten auf politische Willensbildungen und so weiter, um die Plebs so ruhig zu halten, hat man denen umsonst Getreide gegeben. Nicht zu allen Zeiten, römische Zeit ist auch mehrere Jahrhunderte, aber es gab ein paar Zeiten, da hat Getreide dann gar nichts mehr gekostet. Brot war für die römischen Bürger umsonst gratis und die Spiele übrigens auch. Die waren umsonst, da mussten die Leute nicht zahlen. Und man hat das gemacht, um diese Masse im Zaum zu halten. Man hatte auch tatsächlich immer eine Angst auch vor dem Volk. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, heute in unseren modernen Staaten, da hat die Obrigkeit so viele Möglichkeiten, auch das Volk zu überwachen und schon frühzeitig zu erkennen, wenn sich da irgendwas zusammenbraut. Das war früher anders. Und früher auch diese totalen Diktatoren, wie ein Julius Cäsar, diese Imperatoren und so weiter mit totaler Macht, auch die hatten permanent Sorge. Das kann sich ganz schnell drehen. Das kann ganz schnell zu Volksaufständen kommen und dann kann es in die andere Richtung gehen. Paar Netzer-Zentensaison mit Brot und Spielen. Das war eines von den Dingen, wie man tatsächlich versucht hat, das einfache Volk zufriedenzustimmen. Zu betäuben, könnte man sagen. Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wie es, vielleicht ist es zu gewagt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wie Karl Marx auch gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Aber gut, es ist vielleicht kein passender Vergleich, weil Religion und Sport möchte ich jetzt ja nicht vermischen. Aber es geht eben tatsächlich darum, ein bisschen zu betäuben. Aber dieser Spruch Paar Netzer-Zentensis hat auch noch eine zweite Bedeutung, denn er kritisiert nicht nur die Obrigkeit, sondern er kritisiert auch das einfache Volk, was sich durch so einfache Dinge kaufen lässt und dadurch dann einfach den Mund hält. Mit Brot und Spielen ist das einfache Volk schon beruhigt. Das wussten schon tatsächlich die Tyrannen der Antike und haben das durchgezogen. Und diese gleichen Mechanismen laufen heute auch noch. Und so wird auch heute der Sport massiv instrumentalisiert. Und da bin mir aber nicht mehr so sicher, ob, also es ist einfach so mein persönlicher Eindruck so, ob das noch immer diese Kraft hat. Also mein Gefühl so, und das ist echt mehr ein Gefühl, als dass ich das jetzt empirisch mit irgendwelchen Daten untermalen könnte, aber mein Gefühl ist, der Fußball hat so ein bisschen an seiner Kraft verloren. Es klingt jetzt vielleicht blöd, gerade das während der Wärme zu sagen, weil jetzt natürlich alle schon irgendwie mitfiebern. Wobei auch da, ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr lebt, aber da, wo ich lebe, hier in Sachsen, in Chemnitz, ich kann mich nicht erinnern, bei der WM schon mal so wenige Autos mit Flaggen gesehen zu haben. Es sind wirklich verschwindend wenig. Und das war noch vor vier Jahren, war das noch ganz anders. Und vor acht Jahren, war vor acht Jahren, war glaube ich, die WM in Deutschland. Nein, vor zwölf Jahren war das schon. Da war das, ich meine, okay, da war die Party auch noch bei uns im Land. Klar, da waren alle so in großen Sommermärchenrausch. Aber auch in den letzten Turnieren hatte ich immer das Gefühl, dass es, wenn Fußball ist, dann, da haben wir schon eine Woche vorher, fährt wirklich jedes zweite Auto in Chemnitz mit irgendwie Flagge rum. Das ist jetzt fast gar nicht mehr. Das sind echt nur noch wenige. Und ich habe so ein Gefühl, es ist so eine gewisse Unzufriedenheit im Volk. Das ist, glaube ich, nicht überall auf der Welt gleich. Das ist so mein Eindruck, wenn ich das so verfolge, wie meinetwegen die südamerikanischen Länder da rangehen, bei denen das, boah, ist das noch ganz, ganz groß. Aber hier bei uns habe ich das Gefühl, verliert diese Brot und Spiele, also dieses, dass du dadurch die Leute stillhältst, das verliert seine Kraft. Sondern mehr und mehr Menschen im Volk sind extrem unzufrieden. Und wenden sich auch ab vom Sport. Nicht zuletzt wegen der ganzen Kommerzialisierung. Und auch, weil natürlich Sport auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und viele Leute, die generell unzufrieden sind mit dem Land und den Zuständen. Und vielleicht auch diese Transformation von Nationalstaaten hin zu multikulturellen, modernen, international orientierten Gesellschaften. Da haben halt auch viele Leute keine Lust zu. Und der Fußball spiegelt aber das natürlich voll wider. Vielleicht echt zu dieser Debatte, die da jetzt die ganze Zeit ging, so um die türkischstämmigen Spieler für Deutschland. Der Fußball ist so emotional. Deswegen werden auch diese Debatten so emotional geführt. Aber aus meiner Sicht ist es, ey, ich würde diesen Jungs nicht böse sein. Also bin ich nicht. Weil, schau, ich sage das in dieser Sendung so oft, wir sollten aus dem Herzen raus handeln. Und es ist nun mal so, wenn du den Özil oder den Gündogan, wenn du diese Leute fragst, und die sind ehrlich, wenn du ehrlich bist, wie fühlst du dich? Dann kann er nicht einfach sagen, ich fühle mich so deutsch wie Richard Schmidt von nebenan. Es ist halt so. Sondern der fühlt auch, weil es echt ist, fühlt er auch natürlich sein türkisches Erbe. Das ist ja klar. Das ist eine ehrliche Aussage. Deswegen, diesen Jungs würde ich nicht böse sein so. Es ist ja doch dann eher so unsere moderne Gesellschaft, die glaubt, wir können über solche Dinge hinwegsehen. Der Mensch hat keine Wurzeln. Du kannst Menschen einfach von A nach B packen und dann funktionieren die wieder wie so eine Maschine, weil du steckst hier aus, steckst da ein, läuft. Aber es läuft eben nicht. Das ist eine Illusion. Und viele Menschen, oder jetzt die, die an diese ganze Multikulti-Idee glauben, die vernachlässigen diese Dinge. Und die sind jetzt auf einmal enttäuscht. Wie kann das sein? Der Özil, der spielt doch für Deutsche, der muss doch Deutscher sein. Aber hey, wenn er ehrlich ist, und ich respektiere immer Ehrlichkeit, dann sagt er halt, hey, aber ich bin halt auch Türke. Es ist nun mal so. Der Özil selber sagt über sich, er ist so Ruhrpott-Kanacke. Und wenn es jetzt aus meinem Mund kommt, das ist keine Beleidigung. So sagt er der Özil selbst. Also so sieht er sich selbst. Er ist halt irgendwie, er ist schon irgendwie deutsch oder Teil von dieser deutschen Fußballkultur, auch wenn du willst, hat in diesen Vereinen gespielt von Kind auf. Der ist hier geboren. Der ist im Ruhrpott geboren. Der hat noch nie woanders gelebt, außer in seiner Arbeit irgendwo. Und das ist doch klar, dass der da eben auch noch dieses Türkische in sich drin hat. Das ist ja, was wir immer sagen. Dein Herz, auch deine innere Linie zurück, deine Vorfahren. Du kannst diese Dinge nicht einfach abschneiden und sagen, ja, jetzt zieh ich mir halt eine andere Flagge auf. Ich kann das nicht wechseln wie die Unterhose. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich den Jungs auch keineswegs böse. Die Probleme, die es da alle gibt, von wegen Loyalität, sind die jetzt loyal zu Deutschland und sind die jetzt loyal zu Erdogan, wo auch letztens Wahlen waren. Und da werden so viele Türkischstämmigen, die jetzt hier in Deutschland leben, die stehen auf einmal zwischen den Stühlen. Aber das ist ja eine Projektion, die wir denen reindrücken. Und im Grunde sind das halt Probleme, die daraus entstehen. Wenn du halt zu viele Leute von A nach B versetzt, dann bekommst du zumindest für ein paar Generationen bekommst du halt so Mischidentitäten. Und das ist letztens eine Frage der Identitäten. Das ist, um was es geht. Aber hey, ich werde diese nationale Frage nochmal aufgreifen, möchte aber jetzt nochmal zurück zu diesem Mechanismus gehen, Pan et Zerzensis. Und ich hatte ja schon gesagt, es gab in der Antike, hatten die Tyrannen wirklich Sorge, dass solche Dinge schief gehen könnten. Also die Tyrannei war nicht in Stein gemeißelt. Es gab es tatsächlich oft, also so Umstürze, Aufstände, Bürgerkriege, Usurpatoren, also ein Usurpator, wo sozusagen jemand Neues dann zum starken Mann wird und sich dann ausruft zum Kaiser. Und das gab es ziemlich oft. Und es gab auch solche Fälle rund um eben diese großen Sport, ich weiß gar nicht, kann man es Sport nennen, eigentlich noch nicht. In der römischen oder in der antiken Zeit sprechen wir eher von den Spielen. Zirkus, sagen wir es einfach. Natürlich nicht zu verstehen mit unserem Zirkus heute, aber es ist eben weder der Zirkus von heute noch es ist der Sport von heute. Reden wir mal von diesen Spielen. Und rund um diese Massenveranstaltungen gab es auch damals schon öfter dieses Phänomen von Gewalt. Auch das ist etwas, was wir nicht nur heute sehen. Thema Hooliganismus und sowas, das hat auch alte Wurzeln, das geht weit zurück. Und es gab mal eine ganze Reihe von Aufständen, die entstanden sind aus dieser Emotionalität heraus, von irgendwelchen Zirkusveranstaltungen. Und am bekanntesten ist der Nika-Aufstand. Nika-Aufstand heißt er. Das war im 6. Jahrhundert, ich glaube 538. Und das war in Konstantinopel. Konstantinopel war damals das Ostrom, Byzantse. Und das war mächtig, da war der oströmische Kaiser. Das war damals, wenn ich mich recht erinnere, war es Justinian. Ich bin mir eigentlich hundertprozentig ehrlich, aber ich glaube, es war Justinian. Und da kam es im Zuge von so Wagenrennen, die du dort gemacht hast, kam es dann aus dem Wagenrennen heraus dann zu einem Volksaufstand. Es ist ja so, diese Wagenrennen, und das war bei den Römern so, also in Westrom so, aber auch in Ostrom, die hatten vier verschiedene, wie nennt man das überhaupt, Ställe, Mannschaften. Der lateinische Begriff dafür ist Partes. Es gab vier Partes. Es gab, die waren nach Farben aufgeteilt. Es gab die blauen, die grünen, die roten und die weißen. Hat man dann auch irgendwo den Elementen zugeteilt und so weiter. Und zwar im Grunde hat es vielleicht mal irgendwann angefangen, dass du halt einfach, du hattest immer vier Quadrigas am Start, und damit du die vielleicht auseinanderhalten kannst, war das mit Farben. So hat es vielleicht angefangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das dann entwickelt im Laufe der Jahrhunderte, dass diese verschiedenen Rennstelle, nenne ich sie jetzt mal, dass die viel mehr wurden als nur Sport, sondern dass die haben zum Teil ihre Stadtteile repräsentiert, dann wiederum ihre Rivalität gegen den anderen Stadtteil. Dann war es aber auch so, wie es auch in unseren heutigen Städten ist. In dem einen Stadtteil leben vielleicht die Bessergestellten, die Eliten. In einem anderen Stadtteil ist es dann, was bei uns heute so ein Arbeiterkiez wäre. Damals war es halt die Plebs oder so was. Sodass dann auch die verschiedenen Stadtteile auch in einer Art politischer Konkurrenz zueinander stehen. Oder dass da auch gewisse politische Konzepte auf einmal übernommen wurden. Das geht sogar bis so weit zu religiösen Konzepten. Und es ist tatsächlich kein Witz. Also ihr könnt das nachrecherchieren. Würde ich euch sowieso mal empfehlen, so die Dinge, die so unglaublich sind, um mal nachzugucken. Aber von diesen Wagenrennen gibt es eine direkte Linie bis hin zu unseren heutigen Parteien. Und das ist schon das Wort. Denn diese Mannschaften, die wurden Partes genannt. Tatsächlich, daraus kommt dann unser Wort Partei. Das ging voll. Das geht zurück auf diese Wagenrennen. Und in diesem Nika-Aufstand in Konstantinopel, da waren es die Blues gegen die Greens. Die Blauen gegen die Grünen. Ich habe das jetzt gar nicht auf Deutsch gefunden, nur auf Englisch. Und es sind einfach mal nur so ein paar Punkte, die das so ein bisschen zeigen. Es gab vier verschiedene Farben, habe ich schon gesagt. Und diese Farben haben sich dann aber im Laufe der Zeit eben gewissen Ideologien zugewendet. Und auch Religionen. Die einen waren eher monotheistisch, die anderen waren eher konservativ. Die alten Religionen, die einen waren eher pro dem Status quo des Staates. Andere waren wiederum für was Neues und so weiter. Und daraus haben sich dann wirklich Parteien entwickelt. Es ging also nicht mehr nur um wer gewinnt das Wagenrennen, sondern das sind Organisationen geworden, Protoparteien, gesellschaftlich relevante Organisationen. Und die standen in Konkurrenz zueinander. Und die haben das manchmal mächtig ausgefochten. Und man hat auch damals schon, und so ist es auch bei diesem Nika-Aufstand, man hat auch damals schon versucht, diese Kräfte zu instrumentalisieren, sich zunutze zu machen. Das ist bis heute noch nicht klar, wer eigentlich diesen Nika-Aufstand losgetreten hat. Da gibt es verschiedene Interpretationen. Hat sich das wirklich mehr oder weniger spontan aus dem Volk heraus entwickelt? Oder gab es davor, also definitiv gab es vorher schon diese Rivalitäten und hat dann irgendjemand die ganz bewusst angeschürt, um vielleicht seine Partei oder sich selber in Stellung zu bringen als Kaisernachfolger, wenn man den aktuellen stürzt? Wissen wir nicht genau. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und sei wie es sei, in diesem Nika-Aufstand, das ist dann richtig abgegangen. Da wurde ein Großteil der Stadt Konstantinopel vernichtet. Das können wir uns nicht vorstellen, welches Ausmaß das hat. Da wurden ein Haufen Gebäude in Brand gesetzt. Das ging eine knappe Woche lang und endete dann in einem Massaker, was auch wiederum in dem Stadion, das Wort Stadion kommt tatsächlich von dort, das ist auch ein griechisches Wort. In diesem Stadion, wo diese Pferderennen waren, da wurde dann eine Riesenmassaker angerichtet. Allein in diesem Massaker sollen 30.000 Menschen gestorben sein. 30.000! Da ist dann die Armee rein und so ging das da zur Sache. Also man muss sich das vorstellen, dieses Brot-und-Spiele-Ding, das ist nicht einfach nur so salopp dahergesagt. Das war staatstragend. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Diese großen Veranstaltungen und heute reden wir über den Sport, das ist staatstragend per se. Das ist per se schon mal auch politisch. Du kannst es nie ganz trennen. Heute fällt uns das vielleicht nicht mehr ganz so sehr auf, weil wir heute in unserer technischen Welt ja auch so viele andere Möglichkeiten haben, irgendwie das Volk zu beruhigen. Ich meine, du musst nicht mehr in ein Stadion gehen, um irgendwie dieses Entertainment zu finden. Fernsehen ist überall. Fernsehen bringt dir die Welt auf sein Sofa, sozusagen. Aber beim Fernsehen ist es ja genauso. Natürlich wird das Fernsehen genutzt, um die Stabilität zu wahren. Ja, und wie gesagt, bei diesem Nike-Aufstand, das ist nur der bekannteste. Es gab eine ganze Reihe von solchen Aufständen. Und halb Konstantinopel ist dabei abgebrannt. Also das können wir uns kaum vorstellen, wie das abging. Aber der Nike-Aufstand, und das nur als kleine Randnote hier, auch da ist wieder dieses dieses Mephistophelische Konzept. Also Mephistopheles, der hier aus Goethes Faust, das ist doch der Geist, der das Böse will und dann doch das Gute schafft. Und auch dieser Nike-Aufstand, das zeigt es schön. Zum einen ist es echt destruktiv. Da sind so viele Leute gestorben und Gebäude wurden zerstört und so weiter. Aber als dann alles zerstört war, konnte man dann auch wieder neu aufbauen. Und tatsächlich als direkte Folge des Nike-Aufstandes hat man dann dieses Gebäude gebaut. Eines der schönsten Gebäude auf der Welt. Das ist die Hagia Sophia in Istanbul. Die Minarette müsst ihr euch wegdenken, die kam dann ja später, als dann im 15. Jahrhundert dann die Osmanen Konstantinopel erobert haben und uns dann Istanbul genannt haben. Dann wurde aus der Kirche eine Moschee. Aber dieses Gebäude, das ist aus dem 6. Jahrhundert. Also das ist richtig alt. Und für die damalige Zeit wirklich ein Weltwunder. Also eine erstaunliche Architektur, diese Hagia Sophia, allein der Kuppelbau. Es hat dann Jahrhunderte gedauert, bis man sowas wieder konnte. Also so eine riesen freitragende Kuppel. Auch, ich weiß nicht, ob er schon mal dort war, aber wenn du dort innen auch drin bist, in dieser Hagia Sophia, die Architektur ist einfach unglaublicher. Und tatsächlich, dort stand vorher auch schon eine Kirche für die heilige Sophie. Und die wurde aber eben auch abgefackelt. Und echt halb Konstantinopel war bei den Trümmern gelegen. Und in dem Fall hat man dann aus den Trümmern dann was noch Schöneres gebaut. Und so hängt es halt dann doch wieder irgendwie miteinander zusammen. Ja, aber jetzt kommen wir noch mal wieder zurück zum Fußball. Kommen wir noch mal in die Moderne. Nein, noch nicht in die Moderne, genau. Der Fußball ist ja was Altes auch. Also auch unser Fußball. Wie gesagt, diese ganzen Sportveranstaltungen oder Wettkämpfe, das ist archaisches Menschen drin. Aber das, was wir jetzt heute Fußball nennen, wir sehen nur die moderne Variante davon. Tatsächlich hat das was Altes, archaisches. Und das ist auch wiederum, wo ich eben dann auch dabei bin. Denn zum einen habe ich jetzt darüber gesprochen, hier Brot und Spiele, wie die Obrigkeit diese Dinge leitet. Aber der Fußball selbst ist was archaisches. Was archaisches und auch was anarchisches. Tatsächlich geht es zurück, auch weit, weit zurück. Da gibt es verschiedene keltische Traditionen, wo man mit einer Art Ballkürbis eine Art Wettkampf hatte. Wettkampf nicht so, wie wir uns das vorstellen mit irgendwelchen Regeln, sondern da ging es dann Dorf gegen Dorf, Stadtteil gegen Stadtteil, Kiez gegen Kiez. Und das waren dann Wüste, wilde Massenkloppereien. Also das kann man sich kaum vorstellen. Die dann zum Teil das ganze Wochenende ging, zwei, drei Tage lang, bis dann der Kürbis irgendwie dann auf dem Dorfplatz von den anderen gelandet ist. Oder bis man es geschafft hat, denen in einen anderen Stadtteil zu bringen. Und das waren also da ging es übel ab. Und das war tatsächlich in weit verbreiteten vielen Ländern in Europa. Natürlich, ich habe gesagt, diese keltischen Traditionen, deswegen hast du das sehr viel auf den britischen Inseln. Und da sind dann auch diese modernen Varianten sind da rausgewachsen. Rugby, Fußball und dann aus England ging es dann nach Amerika, da dann auch so etwas wie American Football und so weiter. Aber es ist sozusagen diese keltische Linie. Aber die ist eben auch, Kelten sind weit verbreiteten in Europa. Also diese Dinge gab es auch in Italien. Da gibt es heute noch in manchen Städten, wo einmal im Jahr so ein Mob-Football, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt. Also wenn ich das recherchiere, Mob-Football, also so Meuten-Fußball oder sowas. Und das waren absolute Outlaw-Veranstaltungen. Da gab es keine Regeln, da gab es, es waren Wüstekloppereien, da gab es manchmal Schwerverletzte, es sind zu Todesfällen gekommen bei diesen Dingern. Und das ging in ganz Europa so oder in weiten Teilen war das verbreitet. Und das war zu allen Zeiten, ob in der Antike, haben wir schon gesehen, aber dann eben auch im Mittelalter, in der Neuzeit, es war immer der Obrigkeit, weil das sind Dorn im Auge. Die wollten das nicht. Weder die weltliche Obrigkeit noch die Kirche fanden das gut. Die haben immer versucht, diese Dinge zu verbieten und man konnte es aber nicht verbieten. Weil da ist es wie, es ist etwas, was aus dem Volk rauskommt. Die Leute wollen das halt. Du kannst es denen nicht auf Dauer wegnehmen. Es ist auch heute so, ganz ehrlich, zu diesem Thema Hooliganismus und so weiter. Hey, ich war schon immer ein friedfertiger Mensch. Ich habe mich noch nie als Erwachsener in irgendwelchen Kloppereien beteiligt oder sowas. Und das ist auch etwas, was mich anbietet. Also wenn ich es machen muss, weiß ich, meine Haut teuer zu verkaufen. Aber es ist definitiv nichts, was ich suche. Und es gibt andere Möglichkeiten, wie wir als Menschen miteinander umgehen können, als sich aneinander kloppen. Aber es scheint auch einfach so irgendwo im Menschen auch drin zu sein. Und es gibt halt nun mal vielleicht junge Männer, die das auch mal irgendwie ausleben müssen. Und da sage ich ganz ehrlich, if the boys wanna run, you gotta let them. Lass sie so. Ich weiß, das klingt vielleicht provozierend und ist vielleicht auch so ein bisschen so gemeint. Ich versuche auch oft, einfach mal so ein Ding herauszuhauen, um, verstehst du, auch bei mir selber so ein bisschen so Denkanstöße anzurühren. Es ist halt so als Freigeist, ich hänge da in keiner Position fest. Aber es ist einfach so, manchmal hat es das Gefühl, manche junge Leute, die brauchen das vielleicht auch mal. Und dann sollte man die auch irgendwie lassen. Das Problem ist ja immer nur, wenn Unbeteiligte mit reingezogen werden. Dann, finde ich, gehört es auch mit voller Härte sanktioniert. Also Gewalt gegen Unbeteiligte hat absolut keine Toleranz. Aber wenn jetzt hier irgendwie Leute untereinander sich einfach mal irgendwie kloppen wollen, lass sie doch. aus meiner Sicht so. Weil es eben so was Altes, Anarchisches ist. Weil es vielleicht auch irgendwo ein Ventil ist, wo Leute mal was rauslassen. Und ich weiß schon, wir sind heute zivilisiert, deswegen können wir diese Dinge dann auch auf dem Fußballplatz rauslassen und ohne, dass man da in wilder, zu wilder Gewalt greift, sondern das vielleicht schon kanalisiert. Aber ich, was ich ja dazu nur sagen will, dass es halt scheinbar auch irgendwie aus, ein Teil der Natur des Menschen auch ist. Also nicht jeder Mensch, aber dass es halt Menschen gibt, die auch diese Seite haben und auch das halt irgendwie dazugehört. Da muss man auch gucken, wie man das dann ins Leben irgendwie einflechten kann, so ohne, dass es großen Schaden nimmt. Aber der Fußball an sich hat was Archaisches und was Anarchisches. Das zeigt sich dann auch interessanterweise, als man dann angefangen hat, das so ein bisschen zu kanalisieren und dann Regeln aufzubauen, das zeigt sich schon in Zahlen. Elf Mann in einer Mannschaft. Es gibt dann elf Meter. Die Elf, das ist so eine Zahl, die ist aus Sicht eines katholischen Priesters. Die Elf ist eine teuflische Zahl. Deswegen ist zum Beispiel auch diese ganze Karnevalsgeschichte, ist auch diese Elf immer. Elf der Elfe, Elf u Elf und der Elferrat und so weiter. Das ist auch was für ein Verwand miteinander. Karneval und diese Fußballdinger. Beides ist so eine Art Ventil, wo man mal so vereinfacht gesagt auch mal die Sau rauslassen kann und sowas. Aber gleichzeitig hat die Obrigkeit das auch immer mit nicht gern gesehen und auch immer die Sorge gehabt, es kann eben aus dem Sau rauslassen, es kann dann schnell echt über die Stränge fliegen und du hast dann auf einmal sowas wie den Nika-Aufstand wieder. Tatsächlich, es gab in unserer modernen Zeit, das fällt mir jetzt ja gerade erst ein so, da gab es ja auch mal, es ist ja mal ein ganzer Krieg entstanden aus Fußball raus. Es waren zwei Länder in Mittelamerika, ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, welches waren, war Honduras beteiligt, das müsste ich jetzt nachschauen, sorry, das ist mir jetzt spontan gekommen, aber es gab das definitiv mal, das war in den 70er Jahren, da war zuerst ein Länderspiel zwischen diesen beiden Ländern, so zwei von diesen kleinen mittelamerikanischen Ländern. Erst Länderspiel, Stress auf dem Platz, Spiel muss da abgebrochen werden, Stress geht außerhalb des Platzes weiter, Stress auf den Tribünen, und so wirklich noch in derselben Nacht sind da schon die ersten Kampfflugzeuge geflogen und so. Es ist ein Krieg daraus gekommen, das könnte nachrecherchieren. Aber vor sich wollte es ja eben dieses Anarchische, was halt da dem Ganzen inne wohnt. Und das hat man halt dann versucht, je mächtiger halt unser Staat wird und die Obrigkeit wird, desto mehr werden halt diese Dinge kanalisiert. Und heute haben wir halt diesen modernen Fußball, der immer noch so diese Spur, was Anarchisches in sich drin hat, aber nicht mehr so diese wilden Kloppereien. Wobei, man muss den auch nicht nachweinen, das ist ja ganz ehrlich, ich wollte ja auch nur diese Linie aufzeigen. Zeiten haben sich schon geändert, das wäre doch ganz gut. Ja, dann zum Thema dieses diese Sachen kanalisieren und diese Sachen instrumentalisieren. Das hat jetzt nichts mit der Fußball-WM zu tun, das ist ja hier UEFA, Champions League, Vereinsfußball. Aber guckt euch mal das Logo an, mit dem schönen Pentagramm. Das erinnert mich, ich habe 1998 oder 1999 war es. Damals habe ich in der Zeitung gelesen, ich habe da noch jeden Tag Zeitung gelesen, das war für mich noch, da war ich noch offline, Ende 90er. Und da hatte ich halt Zeitung gelesen und ich weiß noch genau, es war in der Süddeutschen Zeitung, 1998 oder 1999, im Sportteil, so ein kleiner Artikel nur, eine kleine Spalte so am Rande so, kam damals die Nachricht, dass das Bankhaus Warburg und Co. sich in die Champions League, dass sie sich da engagieren wollen, einkaufen. Und ich weiß noch genau, wie ich das damals gelesen habe und die mit drin so, echt so ein Schock kam. Weil ich wusste damals schon Warburg, ich wusste noch nicht, dass die früher nur noch Del Panko hießen, aber ich wusste schon Warburg, oh ja, das ist halt hier Wall Street, das ist so eine von den Familien rund um Rothschild rum und so, das wusste ich damals schon alles. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh nein, jetzt muss sich der Fußball ändern. Weil jetzt werden die reinkommen und einfach diese Energie versuchen, für sich zu nutzen. Und tatsächlich ist es dann keine zwei Jahre später so gewesen, dass der das erste Mal auf dem Fußballfeld, und ich kann mich nur genau erinnern, wie ich das gesehen habe, wenn er jetzt schockiert war, das erste Mal auf dem Fußballfeld der Ball so Pentagramme drauf hatte. Die waren einfach draufgeklebt, weil der Ball war noch ganz anders geschnitten und die passen da eigentlich jetzt überhaupt nicht richtig drauf. Die hat man da so draufgeklebt, über die eigentlichen Patches, also aus denen dieser Ball geschnitten wurde. Und das ist mir damals, ich dachte, oh Mann, jetzt spielen sie mit Pentagramme. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Das ist ja jetzt immer noch so, wir sehen es ja hier in dem Logo. Und ja, von da an ging dann eben, war Fußball voll eingespannt in diese Agenda von Globalisierung, Kommerzialisierung, und das ist, was wir heute sehen. Aber so Hardcore-Massio angefangen hat, dass 1998, 1999 diese kleine Nachricht, Bankhaus Warburg steigt jetzt groß in die Champions League ein, investiert dort. Und die sind keine Sponsoren. Die machen das nicht, weil die den Fußball lieben und dann gibst du halt irgendwie als Sugar Daddy ein bisschen Kohle zu deiner Mannschaft. Darum geht es nicht. Die investieren ja was. Die wollen ja was zurückhaben. Die versuchen letzten Endes, alles irgendwie aufzukaufen und sich zunutze zu machen, was halt Soul hat, was wirklich aus uns Menschen rauskommt. Wir haben ja schon ganz viel über Musik gesprochen. Laurel Canyon, Hollywood Hills und so weiter. Diese ganzen dunklen Geschichten rund um die Musik rum. Das ist genau das Gleiche. Weil Musik ist auch so ähnlich wie der Sport. Das kommt aus uns Menschen raus. Und das ist was Natürliches. An der Musik, das nimmt mir keiner so. Ich höre immer noch gerne so Musik, auch aus der Zeit und so. Und ich kann das auch trennen. Deswegen muss ich nicht mehr ein Fan sein von irgendeinem Typen. Aber die Musik, wow. Musik gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das lasse ich zu. Aber man versucht halt diese, alles was so eine echte, wahrhaftige Kraft hat, versucht man halt so zu instrumentalisieren. Und genau das ist was mit dem Fußball auch passiert. Und das ist warum wir das heute so ambivalent irgendwie fühlen. Weil wir spüren, ach dieses ganze Drumherum, ich kann das nicht mehr ab so. Aber an sich ist das unschuldig. Das ist was Feines. Und es hat auch eben immer noch heute, selbst heute, immer noch was Anarchisches. Weil der einzige Grund, warum die Leute überhaupt zum Fußball gehen, ist, weil du nicht weißt, wie es ausgeht. Im Kino, im Theater, ist alles eigentlich schon gescripteter. Aber im Fußball ist halt immer noch, ja da steckt ja immer noch der Teufel im Detail. Es ist immer noch dieses Unplanbare, weißt du, die Kugel, das Runde mit dieser unendlichen Zahl Pi, du kannst das nicht genau berechnen. Und selbst den größten der Welt verspringt dann der Ball, genauso wie es dir in der Hammelliga passieren kann. Das ist schon irgendwie faszinierend sogar. Es ist immer noch dieser Chaos-Faktor, eben dieses Nicht-Planbare, dieses, und das Dinge echt kippen können, diese ganzen Dynamiken und so, das ist echt faszinierend. Ja, aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, und das habe ich ja jetzt euch hier auch noch mitgebracht, es werden immer, vor allem Spielen, jetzt bei so Weltmeisterschaften, werden immer dann die Nationalhymnen und so gesungen. Und da wird auch immer debattiert, wer singt mit, wer singt nicht mit, und singen die da laut mit oder leise und so weiter. Das ist wirklich in vielen Ländern, das ist nicht mehr bei uns, in vielen Ländern, das ist ein großes Thema. Und ich habe jetzt dann immer, wenn jetzt so die Spiele laufen, ich habe ab und an mal wieder angeguckt, wenn die da so singen, was singen die denn da eigentlich? Und dann habe ich mal so ein bisschen so in die Nationalhymnen so reingeschaut, habe dann jetzt auch mich jetzt nicht nur darauf beschränkt, auf die, die jetzt hier bei dem Turnier mitspielen, sondern einfach mal so ein paar. Also es gibt da hundere von Nationalhymnen. Ich habe jetzt mal so ein paar mitgebracht, nur mal so, muss ich das mal angucken, um was es da eigentlich die ganze Zeit geht. Portugal zum Beispiel. Fangen Sie einfach irgendwo an, Portugal. Da ist der Refrain, den die da auch dann singen. Zu den Waffen, zu den Waffen, über Land, über See, zu den Waffen, zu den Waffen, für das Vaterland kämpfen, gegen die Kanonen, marschieren, marschieren. Okay. Weiß nicht, das klingt mir irgendwie ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so überzeugend singen könnte, wenn ich da auf dem Platz stehe. Also zu den Waffen kämpfen, gegen die Kanonen marschieren, naja, ich weiß nicht. Und dieses, das ist das Muster, was du wirklich in so gut wie allen Nationalhymnen findest. Das ist echt interessant. Hier, Niederlande zum Beispiel, die dürfen ja diesmal nicht mitspielen, sollen aber hier wenigstens Erwähnung finden. Die haben die älteste Nationalhymnen der Welt. Die ist sogar noch aus dem 16. Jahrhundert und hat 15 Strophen und ich kann die jetzt nicht alle vorlesen so, aber der Text der Niederlande, der Nationalhymnen, der wurde zu Ehren von Wilhelm I. von Oranien-Nassau geschrieben. Und allein das wäre super interessant, den Pfad jetzt weiterzugehen, das Haus Oranien, Oranien-Nassau und die Einflüsse, die die haben auf europäische Politik und so weiter, Haus of Orange dann, England und so weiter, niederländisches Imperium, Habsburg und so weiter, die sind alle verflochten miteinander. In der Nationalhymnen geht es aber nur um diesen Wilhelm. Also es geht nur um diese Bloodlines. Was hat das mit uns zu tun? Ich kann aber so ein bisschen was vorlesen hier. Das ist so, ich weiß nicht, ist es niederländisch oder altdeutsch-niederländisch? Aber man versteht schon. Ich lese auch nicht alle vorher, aber hier mal nur so ein Gefühl dazu zu bekommen. Wilhelmus von Nassau bin ich von deutschem Blut, dem Vaterland getrabe, bleibe ich bis in den Tod. Ein Prinze von Oranien bin ich frei und verfährt, den König von Hispanien habe ich allzeit geehrt. Okay, das ist ja schön, aber wenn ich jetzt hier von Volk rede, dann möchte ich nichts zu tun haben mit irgendwelchen Wilhelm von Nassau und König von Spanien und edel und hochgeboren und edles Blut und so weiter. Das sind ja genau diese Bloodlines, von denen man sich als freier Mensch versucht zu lösen. Aber das ist, worauf die hinweisen. Und das kommt bei wirklich vielen Nationalhymnen. Wir haben Nationalhymnen, die einen sind für irgendwelche Königshäuser, God save the Queen, Britannia rule the seas oder hier ist es eben bei den Niederlanden, das ist so, das ist bei ganz vielen, die noch so Königshäuser haben. Andere, die dann schon Revolution haben, die singen dann für die Revolution. Zum Beispiel die Marseillais, die Franzosen. Da ist der Text, den die auch immer so schön singen, französische Nationalhymnen kennen wir alle. Da singen sie eigentlich Auf Kinder des Vaterlandes, der Tag des Ruhmes ist gekommen. Gegen uns ist der Tyrannei blutiges Banner erhoben. Hört ihr auf den Feldern, diese wilden Soldaten brüllen. Sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen, euren Gefährtinnen, die Kehlen durchzuschneiden. Zu den Waffenbürger, formiert eure Truppen, marschieren wir, marschieren wir, unreines Blut, tränke unsere Furchen. Das ist die französische Nationalhymnen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Ich wüsste echt nicht, ob ich das jetzt so aus vollem Leibe singen könnte oder auch singen wollte. Weil, ey, unreines Blut tränke unsere Furchen. Marschieren wir, marschieren wir. Soldaten, die unseren Söhnen die Kehlen durchschneiden. Ich weiß nicht, welche Energie trägt denn dieses Ding? Und das ist bei all diesen Nationalhymnen, du kannst die echt alle durchgehen, es geht immer, also entweder geht es um Kampf für dein Königshaus, für deine Bloodline, oder Kampf gegen das Königshaus, gegen die Tyrannei, für die Freiheit, Kampf für das Vaterland, gegen die Feinde des Vaterlandes, Kampf für Gott, das hat man noch gar nicht. Zum Beispiel hier, das ist dann bei Nationalhymnen, wie Saudi-Arabien, brauche ich das eigentlich vorlesen. Ich meine, da geht es halt dann um den Ruhm aller Muslime und so weiter, und für den Schöpfer und so weiter. Es sind halt immer so Dinge, die eigentlich mit uns vom Volk gar nichts zu tun haben. Wenn ich da in mir drin schaue, das spricht mich alles überhaupt nicht an. Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Man könnte jetzt echt durchgehen, wo man hin man will. Das ist echt in allen Erteilen. Ich habe ja Uruguay, Argentinien, den Marscher Patriotiker von Argentinien. Das sind so Sachen wie, wir schwören, ruhmreich zu sterben. Ruhmreich zu sterben. Wir schwören, ruhmreich zu sterben. Das singen dann die da, weil das ist dann nicht mehr so weit weg, wie von dem Mori, wie war das früher bei den Gladiatoren, Awe Cäsar, Mori Turi Tesalutant, die Todgeweihten grüßen dich. Das ist dann nicht mehr so weit weg. Wieso soll ich singen, wir schwören, ruhmreich zu sterben so? Am krassesten drückt das Ganze die kolumbianische Hymne aus. Also das ist auch so ein Ding, das sind ganz viele Strophen. Ich kann die gar nicht alle vorlesen, aber da finde ich, so ein paar können wir mal davon nehmen. Ja, da geht es auch um, hier bei Kolumbianischen geht es auch um Religion. Die gesamte Menschheit, welche in Ketten schmachtet, vollzieht die Worte dessen nach, der am Kreuz starb. Das ist auch nicht mein Ding. Also ich, weder Islam noch Christentum, das bin ich nicht. Ich kann mich nicht identifizieren damit. Aber wie es dann weitergeht, diese ganze Sprache schon. Das Orinoco-Strom wird von Leichen gefüllt. Ein Fluss aus Blut und Tränen sieht man dort fließen. Und das geht die ganze Zeit. Hier, ja, in Carthagena ist die Opferbereitschaft groß, die Tugend verachtet, den drohenden Tod. Aber es geht die ganze Zeit wirklich immer kämpfen, immer marschieren, immer gegen die anderen und wer auch immer dann die anderen sind. Das sind dann irgendwelche anderen Länder. Aber meistens sind es gar nicht andere Länder. Meistens geht es halt, hier gehen dann irgendwelche Feinde von unserem König oder sowas. Und es ist halt echt diese ganze 19. Jahrhundert-Denkweise. Dieses ganze Opfergedanke. Und das liegt mir zutiefst fremd. Und ich halte das auch für grundsätzlich falsch. Und hier, einen Satz habe ich hier noch aus dieser kolumbianischen, wo das echt verdampft ist auf den einen Satz, um was das hier eigentlich geht. Das ist auch ein Zitat aus der kolumbianischen Nationalen. Da steht, Pflicht geht vor Leben. Pflicht geht vor Leben. Und das ist genau, wo ich sage, falsch. Es geht genau umgekehrt. Es geht genau umgekehrt. Leben geht vor Pflicht. Versteht ihr? Das ist, all diese Dinge, so wie Staat und so weiter. Wenn die überhaupt eine Existenzberechtigung haben, dann nur, weil sie uns als Menschen dienen, weil sie uns dem Leben dienen. Und nicht umgekehrt. Nicht der Mensch ist in einer Pflicht gegenüber Gott oder gegenüber dem Staat. Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Wir schulden niemandem was. Du bist ja frei geboren auf dieser Welt. Du bist nicht in einer Schuld gegenüber Gott. Du musst deswegen Gottesdienst machen oder irgendwas abbezahlen. Du bist auch nicht in einer Schuld gegenüber deinem Vaterland, deinem König oder so weiter. Sondern, wenn dann es umgekehrt. Wenn dann es umgekehrt. Das Leben steht im Mittelpunkt. Und daraus entwickelt sich dann vielleicht, weil es uns irgendwie praktisch erscheint, eine Art Bündnis, gründen wir einen Staat oder auch nicht oder so. Darüber kann man auch sprechen. Aber im Zentrum steht das Leben. Aber die kehren das genau um. Das ist wirklich, hier Pflicht geht vor Leben. Der Satz, der sagt eigentlich alles. Ich könnte mir eigentlich den ganzen anderen Text sparen können. Es ist trotzdem heiter, sich das anzuschauen. Pflicht geht vor Leben. Es ist halt auch so eine, und das gilt für diese ganze Nationalidee, ob das jetzt bei Flaggen zu sehen ist. Und wir hatten auch schon mal hier, haben wir uns das Schwarz-Rot-Gold angeguckt, wenn ihr euch erinnert, ob das diese ganzen Hymnen sind. Überhaupt mal diese ganze Musik, das ist alles 19. Jahrhundert. Das ist auf jeden Fall alter Stuff. Ich meine, ich finde es fast schon lächerlich, wenn ich so im Fernsehen gucke und dann tritt da meinetwegen ein Nationalmannschaft von Marokko an und dann haben die da so ein klassisches Orchesterspiel. Und ich denke mir, weißt du, ich war in Marokko. Warum spielt der nicht marokkanische Musik? Ja, sehr schön mit Trommeln und so weiter und richtig Action. Was ist mit den Afrikanern? Wenn dann die Schwarze Afrikaner sind, weißt du, deren Länder Grenzen haben, die irgendwie gerade sind, mit dem Lineal gezogen, irgendwo in irgendeinem europäischen Hinterstübchen ausgemauschelt. Ich weiß nicht, wie kannst du dich damit identifizieren als Afrikaner mit der Nationalniveau von Senegal? Und dann diese komische Musik auch so. Das ist keine senegalesische Musik. Versteht ihr? Das ist ein kultureller Ausdruck. Es hat nichts zu tun mit dem Volk. Und das ist auch, was ich die ganze Zeit hinaus will. Das ist, um was es mir geht. Schau, ich... Nation... Nation ist ein Kunstbegriff. Nation ist immer was Konstruiertes. Volk ist was Gewachsenes. Und darauf will ich schon immer hinaus. Ich gehöre zum Volk. Und dazu stehe ich auch voll. Und ich habe null Probleme irgendwie mit Deutschland. Das ist echt Teil von mir. Also ich... Das ist, was ich hier sage, ist nicht anti-deutsch oder sowas. Oder dagegen. Nee, aber... Diese ganzen Nationalkonstrukte. Das sind... Das sind... Das sind... Das sind Mainz Sachen. Ja, und das ist tatsächlich sogar aus meiner Sicht gegen das Volk gerichtet. Weil was hat uns diese ganzen Nationalstaaten gebracht? Und diese Texte drücken es aus. Kampf, Kampf, Kampf. Armeen, Armeen, marschieren. Verachte das Leben. Pflicht geht vor Leben. Weißt du, hier ab in den Schützen geraten. What? Genau das Gegenteil ist doch eigentlich wirklich wahr. Und deswegen ja diese Dinge, die das... In ihrer Zeit mögen die ja Berechtigungen haben. Aber das ist auch eine Art von Mind Control, die immer noch auf uns lastet. Diese Denkweise. Wir hätten da irgendeine Schuld gegenüber der Obrigkeit oder sowas. Pflicht geht vor Leben. Und es ist halt auch so ein Ausdruck aus meiner Sicht von Männlichkeit. Also es ist halt... Also es ist so dieses Yin-Yang, männlich-weiblich, ist auch total aus dem Gleichgewicht gekommen in diesem Bezug hier. Hier geht es halt die ganze Zeit um so männliche Werte. Immer wieder Kämpfen und männliche Tugend, was auch immer das dann genau sein soll. Und es fällt auch auf, wenn du dir so diese Nationalen anschaust, da geht es fast nie um die weibliche Seite auch. Die aber genauso viel ausmacht. Ich meine, wenn du mich fragst, was macht Deutsch aus? Da spüre ich mir drin, da sind so viele andere Dinge auch noch, die hier keinen Ausdruck finden. Da ist es für mich nicht nur Marschieren und Kämpfen für irgendwas, wobei ich durchaus verteidigungsbereit bin, weißt du, für mich und meine Leute. Das ist keine Frage. Ich rede ja nicht irgendwie von irgendeinem Pazifismus. Aber das ist so aus dem Ungleichgewicht geraten. Und jetzt hier auf dieser schönen kolumbianischen Hymne, die hat so viele Strophen, ist eine der wenigen überhaupt, die ich gefunden habe, wo auch mal das Thema Weib, Frau überhaupt mal zur Sprache kommt. Überhaupt, sonst wird es ja völlig ignoriert. Aber hier, hört es euch an, jetzt kommt endlich mal, endlich geht es mal um die Frauen hier. Diese Strophe hier aus der kolumbianischen Nummer. Die Jungfrau, sich in ihrer Agonie, ihre Haare herausreißend, ihrer Liebe verwitwet, hängt sie diese an die Zypresse. Das Bedauern um die Hoffnung bedeckt ihrer Liebe Grabstein. Und doch ziert ruhmreicher Stolz ihr reines Anlitz. Ey, komm, Bullshit, oder? Ey, ich meine, das ist das Einzige, wo es mal um eine Frau geht. Und was ist es dann? Dann ist es eine Jungfrau, die am Grab von ihrem Geliebten weint, der natürlich in einem tugendhaften Kampf gegen, was weiß ich, gegen wen er gemeint hat, zu kämpfen zu müssen, gefallen ist. Und das ist das Einzige, wo überhaupt mal hier eine Frau ins Spiel kommt, die Jungfrau, die dann da, es sind die Haare rausreißt, weil sie nicht mehr richtig leben kann ohne ihren Liebsten. Aber trotzdem ist sie irgendwie dann doch stolz darauf, dass ihr Mann da gefallen ist. Das ist doch Bullshit, Leute. Das ist genau das, wo, keine Frau ist da glücklich. Sondern tatsächlich in diesem ganzen militaristischen Denken usw. ist es gerade eine Unterdrückung des Weiblichen. Das sind die Frauen, die darunter leiden. Das ist einfach Erfolg, was darunter leidet. Und diesen ganzen Wahn zu meinen, wir müssen es damit irgendwie in diese Kriege ziehen. Wie gesagt, ich rede hier nicht vom Pazifismus. Verteidigen ist absolutes Urrecht von uns Menschen. Wenn dich hier, jemand dich oder deine Leute attackiert, kannst du dich verteidigen. Und zwar so hart, wie du kannst. Aber darum geht es ja hier nicht. Hier geht es um Opfern. Sich aufopfern für irgendwas. Und das, ich kann damit nichts anfangen. Ja, jetzt echt, diese ganzen Nationalen, wenn man mal anschaut, kommen wir mal zur Deutsche. Das ist tatsächlich so, die Deutsche ist eine der angenehmsten. Ja, weil es heißt dann immer, oh, ja, die Deutsche Nationalämne, kann man das überhaupt singen? Und die meisten von euch werden es ja wissen. Was jetzt als unsere Deutsche Nationalämne gesungen wird, ist ja nur die dritte Strophe eigentlich. Von dem sogenannten Deutschlandlied oder das Lied der Deutschen, was Hoffmann von Fallers Leben geschrieben hat. Und die ersten beiden Strophen sind ja mittlerweile verpönt. Und wir singen dann nur noch die dritte. Dabei sind auch die ersten beiden Strophen eigentlich, jetzt sind wir gleich zu den meisten anderen, die ich gelesen habe. Das sind ja fast noch harmlos. Und auch von der Musik her ist das auch ganz schön. Also Haydn und so weiter. Ja, überhaupt, weißt du, diese ganze nationale Idee, in Europa greift es ja noch mehr. Weil tatsächlich, Europa ist halt so gewachsen. Ich meine, wir haben verschiedene Völker. Und es ist immer noch ein klarer Unterschied zwischen, sagen wir mal, Deutschland und Frankreich. Obwohl natürlich immer bei Grenzen im Laufe der Jahrhunderte gab es immer auch mal Stress. Aber es ist immer noch ein klarer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Im Grunde genommen ist schon klar, da ist Frankreich, da ist Deutschland. Es ist ein Unterschied, die Leute sehen ein bisschen anders aus, die Häuser werden anders, die Straßenmarkierung ist schon anders. Du merkst einen Unterschied. Es ist sofort, du merkst auch einen Unterschied, wenn du an der italienisch-französischen Grenze bist oder von Frankreich nach Spanien fährst. Es ist so. Also in Europa funktioniert das ja noch ganz gut, weil wir eben diese gewachsenen Völker haben. Und da konnte man dann diesen Nationalstaat relativ deckungsgleich mit den Völkern auch irgendwie machen. Mehr oder weniger. Schwierig ist trotzdem. Haben wir schon bei Deutschland drüber gesprochen hier. Wo hört Deutschland auf? Warum ist Österreich, gehört da nicht dazu oder so? Wieso nicht? Haben wir schon mal drüber gesprochen mit diesem Schwarz-Rot-Gold, wenn ihr euch erinnert, in Habsburg und so. Aber wie gesagt, in Deutschland funktioniert das noch. In den meisten Ländern der Welt schaut mir das völlig absurd aus. Gerade wenn du dann so nach Afrika guckst. Mit diesen Nationalstaaten kann ich da überhaupt nichts anfangen. Da gibt es Völker, da gibt es Stämme, die haben eine ganz andere Identifikation. Aber wie gesagt, in Europa passt das noch am ehesten. Es ist halt auch eine europäische Idee. Da kommt es halt her. Und es passt auch noch am ehesten. Und auch musikalisch kann man da ja noch sagen, okay, das ist auch unsere Kultur. Der hier Haydn, der das komponiert hat, ist halt einer von unseren großen klassischen Komponisten und so. Und da kann man auch dann mit Stolz hervorzeigen hier, das ist schon dann auch ein Stück deutsche Kultur. Im Gegensatz zur Nationalhymne von Botswana. Das hat nichts mit Botswana zu tun. Von der Musik nicht, vom Text her, von den Grenzen her gar nichts. Also in Deutschland passt das eh noch so. Aber trotzdem ist auch unsere Nationalhymne, hat halt auch diese 19. Jahrhundertdenken. Und ich lese sie jetzt mal vor. Ich kann sie auch singen, aber ich lese es lieber. Es ist jetzt diese erste Strophe, die jetzt heute so verpönt ist. Was steht da? Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etch bis an den Welt. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Ja, auch da, das ist ja, wo man dann gesagt hat, da kommt dann diese deutsche Überheblichkeit raus. Und das stimmt, das ist eine Überheblichkeit, zu sagen, wir stehen über allem in der Welt. Und auch da, ich bin da nicht dabei. Das mache ich nicht. Mein Ding ist immer, niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Und ich bin nicht der Herr von irgendwelchen anderen Völkern. Aber ich bin auch nie der Knecht. Das ist das andere Ding. Niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Auf Augenhöhe sein, weißt du. Und da brauche ich natürlich, ich kann mich da auch jetzt nicht so identifizieren. Finde es jetzt aber auch im Vergleich zu den anderen gar nicht mal so schlimm. Also ich meine, immerhin reden wir nicht von unreinem Blut, was unsere Furchen tränkt und so weiter. Sondern ich meine, okay, Deutschland, über alles in der Welt. Und dann auch, wenn es stets zu Schutz und Trutz, der Brüder dich zusammenhält und so weiter. So ein Einigkeitsgefühl, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so tragisch wie manche anderen. Und die dritte Strophe, die Sparmanns, die kennt ihr ja eh alle. Die übrigens auch, da kann ich mich fast mit am ehesten noch mit identifizieren. Ich muss sagen, das ist noch am ehesten Einigkeit, Recht, Freiheit. Das sind Begriffe, da habe ich mich dabei. Einigkeit ist gut, ja, Recht ist auch wichtig. Freiheit. Und dann, wir sterben auch nicht für unseren Vater, sondern wir streben danach. Das gefällt mir auch besser, nach Freiheit streben und so weiter. Zusammenhalten, hier auch zum Schutz zusammenhalten. Okay, da bin ich ja alles noch dabei. Ja, aber dann interessant ist hier, das ist eigentlich meine Lieblingsstrophe. Und vielleicht sollten wir die in Zukunft öfter singen hier. Das ist die zweite Strophe. Die werden die wenigsten kennen. Und ich habe es ja gesagt, in diesen ganzen Nationalen, ich habe jetzt nicht alle, was weiß ich, es gibt nicht alle gelesen, aber ich habe viele mehr angeguckt und so. Das kann auch beim Fußball, ich habe wirklich von allen, die spielen, ich habe immer dann so gleich mal angeguckt, was singen die denn da eigentlich. Und hier die zweite Strophe der deutschen Nationalen, das ist die einzige oder eine der wenigen, nicht die einzige, eine der wenigen, wo es auch tatsächlich um Frauen geht, um das Weib. Lassen Sie mal hören, was hier steht. Zweite Strophe. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Sollen in der Welt behalten ihren alten, schönen Klang. Uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Ja, hot damn, ist uns hier wieder Sex, Drugs, Rock'n'Roll auf einmal wieder am Start. Wein, Weib und Gesang. Das ist, was es geht. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein, deutscher Sang. Da wird es zusammengepackt. Und ich meine, es ist ja, wie gesagt, es ist immer noch besser, als dass die Jungfrau sich in Agonie die Haare rausreißen muss, aber trotzdem tugendhaft und stolz dabei ist. Aber es ist, ich weiß nicht, wie seht ihr ihr Frauen, ihr Weiber das da draußen? Wird das jetzt irgendwie der Würde auch der Weiblichkeit gerecht? Irgendwie auch nicht richtig. Sondern es ist ja letztens so, wenn ich das so richtig verstehe, dann sagt es auch nur aus, mei, wir haben halt so liebe Frauen und die sind auch so treu zu uns. Und die können gut essen und gut kochen und uns einen schönen Wein machen. Und dadurch geben die uns den Rückhalt, uns, uns Deutschen, geben die den Rückhalt, damit wir dann mit edler Tat halt irgendwie nach außen gehen können. Das ist auch schon so ein bisschen so eine Rolle, oder? Das ist doch das ist das richtige Ding. Also Weiblichkeit ist doch noch etwas ganz anderes. Aber es kommt ja nicht zur Geltung. Es ist eben auch dieses ganze 19. Jahrhundert und noch ältere Weltbild. Die Frau hat halt am Herd zu sein. Sie soll dem Mann ein gutes Weib sein. Und das ist ja auch in Wirklichkeit so. Ich versuche auch, meinem Weib ein guter Mann zu sein und so weiter. Das ist ja klar, dass man zusammenhält. Aber auch da, auf Augenhöhe, oder? Also da oben ist der Mann und das Weib soll immer nur zuarbeiten. Also das ist doch falsch. Ich meine, ich kenne keinen, ganz ehrlich, ich kenne keinen, der das so sieht. Alle meine Freunde, alle meine Leute, mit denen nichts zu tun hat, also kein Mensch sieht das da so wie wir. Und dann die Frauen müssen uns irgendwie zuarbeiten, damit wir dann unsere hellen Taten vollbringen können. Weil genau so steht es, das ist mit dem Wirt. Hier steht da, also die hier, deutsche Frauen, deutscher Wein und so sollen den schönen Klang behalten und uns zu edler Tat begeistern. Also da sind die Weiber und sie sollen uns begeistern. Also wer ist uns? Das sind die Männer. Das sind nicht die deutschen Kinder, das sind nicht die deutschen Kreise, das sind nicht die deutschen Weiber. Nein, das sind die deutschen Männer. Also das ist, der ganze Text ist sozusagen aus der Sicht eines Mannes geschrieben. Wie all diese Nationalen. Ich glaube auch nicht, dass eine einzige auch von der Feder einer Frau stammt. Und ich rede hier nicht von Emanzipation, Gleichberechtigung, machen wir 50-50. Und ich weiß, heute gibt es mehrere Beispiele dafür, wo man jetzt so versucht, durch kleine Korrekturen da an diesem 19-Jahr-Hundert-Weltbild da ein bisschen was zu verbessern. Manchmal, in manchen Strophen heißt es noch nicht mehr, gar nicht bei uns jetzt, in manchen Nationalen, da ist dann die Rede von steht auf Brüder oder sowas. Und da schreibt man jetzt, haben Sie es umgeändert, damit man eben die Frauen auch mit einbezieht und sagt man jetzt steht auf Menschen oder sowas. Aber hey, das ändert nichts daran, dass es von hinten bis vorne, jedes Wort, alle diese Nationalen und auch die ganze Inszenierung, diese ganzen Flaggengeschichten, diese ganzen Hymne, das ist 19. Jahrhundert-Denkweise. Und die schränkt uns heute total ein. Und die hat nichts mit dem zu tun, was wir sind. Und es ist ja letzten Endes, können wir das mal weglegen, die sind da zu einem, dann ist es genug davon. Ich meine, es ist ja letzten Endes so, auf diese Frage, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Es ist eine Frage der Identität. Jeder Mensch braucht Identität. Wer bin ich eigentlich? Und die meisten Menschen heute haben keine innere Identität mehr oder können die nur noch schwer finden. Das ist das Problem mit diesem Wurzeln abschneiden, was wir auch immer wieder hervorheben. Die Menschen haben bewusst die Wurzeln abgeschnitten, damit du dann eben keine Identität mehr hast. Und wenn du keine mehr hast, dann kann man dir irgendeine verpassen. Der Mensch braucht nämlich eine. Der Mensch lebt eben nicht nur vom Brot allein. Das ist nicht wahr. Wir brauchen sowas wie eine Identität. Und wenn du die in dir selber nicht finden kannst, dann wird dir halt eine vorgegeben. Irgendeine Subkultur oder es geht von diesen kleinen Dingern im Rock'n'Roll, suchst du irgendwas aus, irgendwelche im Boden oder so weiter, bis hin eben zu den großen Dingern. Und dir wird eine gegeben, eine Identität. Aber das Entscheidende ist, wir brauchen unsere eigene Identität. Wenn wir so darüber sprechen, wer bin ich? Also aus meiner Sicht ist das wie so eine Spirale. Im Zentrum, das fängt jetzt mal bei mir selbst an, also im Zentrum bin halt ich. Das ist mein Innenleben. Und das ist dann auch wie so ein Brennglas. Nach außen geht es groß und ins Innere geht es auch groß. Und da, wo wir jetzt sind, ist genau so diese Engstelle, diese Schnittstelle. Da fangen wir jetzt mal an. Und wir lassen es mal weg, was nach innen geht. Sondern jetzt geht es nach außen. Da fängt eine Spirale an. Also ich starte bei mir selbst. Und dann der erste Spiral haben, das sind wirklich meine engsten Leute. Meine Familie. Meine Familie. Und dann geht es weiter. Meine Freunde, meine Nachbarschaft, meine Arbeitskollegen. Die Leute, mit denen ich einfach Zeit verbringe, wirklich im Leben. Noch ein Strang weiter geht es schon. Mein Stadtteil, mein Kiez oder der Ort, wo ich lebe. Es geht weiter. Die Region, wo ich lebe. Jetzt will ich dann kommen. Sachsen bin ich jetzt gerade. Aber ich habe auch von meiner Herkunft natürlich. Es ist genauso auch, wenn du mich fragst, wer bin ich? Dann ist das auch meine bayerische Heimat. Das ist auch alles Teil davon. Und dann der nächste Abend, der dann kommt, der wäre dann Deutschland. Und der ist stark bei mir. Weißt du, ich rede hier überhaupt keineswegs anti-deutsch oder so. Aber ich bin so viel rumgereist in der Welt. Und da merkst du erst so richtig, wie sehr du eigentlich deutsch bist. In deiner ganzen Mentalität. Das sind so viele Dinge so. Das merkst du erst im Kontrast mit anderen. Wenn du wirklich mal weg bist aus der westlichen Welt, merkst du das erst. Ah ja, komm, tatsächlich, das sind echt Unterschiede so. Unterschiede in Mentalität einfach, Kultur. Und das ist auch gut so. Aber wenn du dann diesen Abend weitergehst, okay, da hörst du nicht auf von Deutschland. Was wäre das Nächste? Das Nächste wäre dann sowas wie Mitteleuropa, Westeuropa. Also du weißt, wenn du irgendwo in Afrika bist und du triffst auf einmal, sagen wir mal, einen Polen, wetten, dass du dich mit dem unterhältst. Allein schon, weil du siehst, hey, wow, da ist auch ein Europäer und so. Und dann fragst du sofort, hey, wo kommst du her und wohin? Und wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Das ist so. Verstehst du, weil du da näher an dieser Identifikationsspirale bist du dort näher zum Zentrum als tatsächlich mit dem Togolesen oder sowas. Der kommt dann auch, weil wir jetzt dann weitergehen. Also okay, wir haben so Mitteleuropa, Westeuropa, Europa. Jetzt das Nächste würde ich sagen, so westliche Welt. Du bist auch kulturell einem Australier immer noch näher als einem Japaner beispielsweise. Westliche Welt. Dann könnte man vielleicht sagen, Hautfarbe, weißer. Und dann der nächste Bogen wäre dann eben wirklich Mensch. Und auch mit dem, ich bin, also mit all diesen Spiralarmen, von denen ich jetzt geschildert habe, mit all denen kann ich mich identifizieren. Ich bin all das. Gleichzeitig. Versteht ihr? Und ich muss da jetzt nicht ein Ding irgendwie hervorheben, aber genauso wenig auch irgendeins rausschneiden. Das kannst du nicht. Wenn du aus der Spirale dein Segment rausschneidest und sagst, das ist deutsch, das ist national, das ist schmuddelig, das nehmen wir weg. Das haut auch nicht hin. Sondern es ist halt wirklich diese Spirale so. Ja, und das ist, was Identität ausmacht. Jetzt zum Schluss noch, möchte ich noch was sagen, weil ich weiß, dass viele Leute das falsch verstehen und sagen, aber der Nationalstaat, der ist doch jetzt unsere letzte Hoffnung, unsere letzte Bastion, die wir haben, auf dem Weg hin zu dieser NWO, zu einer neuen Weltordnung. Und das stimmt. Das kann ich auch verstehen. Tatsächlich ist es so, die Nationalstaaten, wie wir sie jetzt kennen, diese auch noch nicht tausende von Jahren gibt. Das ist ja eben auch so. Deutschland gibt es schon tausende von Jahren. England, also Erfolg, weißt du, das gibt es schon tausende von Jahren. Aber den Nationalstaat gibt es noch nicht so lange. Der erste Nationalstaat war Frankreich nach der französischen Revolution. Das war der erste Nationalstaat. Seitdem gibt es das erst. Das ist gerade mal 200 Jahre her. Oder ein bisschen länger. Und heute sehen wir aber natürlich diese Veränderung hin zu dieser, es wird immer internationaler Globalisierung und multikulturelles Leben und so weiter. Und viele Leute wollen das nicht und wollen da nicht hin. Was ich verstehen kann. Und dann sehen sie sozusagen den Nationalstaat als ein letzter Bastion, um diese Transformation hin zu irgendwelchen Superstaaten zu verhindern. Und das verstehe ich. Das ist auch tatsächlich so, weil die Nationalstaaten müssen weg, damit eben dann dieser Europasuperstaat entsteht. Und der Europasuperstaat, der ist halt letztens ein Teil von dieser NWO. Letzten Endes ist es, wir haben eine Pyramide und wir bauen eine noch größere Pyramide. Das ist, was es ist. Aber wir sollten erkennen, auch schon der Nationalstaat und dieses ganze Konstrukt Nationalstaat ist auch schon dieses Pyramiden-Denken. Das ist auch schon eben diesen Leviathan, wie es Thomas Hobbes genannt hat, diesen Leviathan-Staat noch größer aufzubauen, noch größer, noch mächtiger, dass der noch mehr eingreift. Und tatsächlich ist das die große Entwicklung, die wir seit Jahrhunderten haben, dass wir immer größere Staatsgebilde bekommen mit noch mehr Zentralismus, mit noch mehr Macht. Und die Richtung, die stimmt nicht. Und ich kann zwar verstehen, jetzt alle, die sagen, okay, lass uns den Nationalstaat schützen. Und ich mache das an der einen oder anderen Stelle auch, was heißt schützen, also trete dafür ein. Weil wenn wir den geplanten Weg weitergehen, dann das, was wir jetzt haben, ist immer noch besser als so ein EU-Superstaat. Das sehe ich auch definitiv so. Das ist schon ganz lange so. Aber letzten Endes sage ich euch auch, wenn diese Nationalstaaten wegbrechen, und das kann auch jetzt echt sein, also wir sehen auch, wie die Dinge sich so verändern, dann ist es grundsätzlich nichts, wofür ich hier, wie was nochmal, sterben, Pflicht geht vor Leben. Ich werde nicht dafür kämpfen, so dieses Ding zu halten. Weil letzten Endes auch dieser Nationalstaat schon ja diese Pyramidenstruktur hatte. Und ich mir aber vorstellen kann, uns da wirklich vorstellen kann, dass wir auch ganz anders uns organisieren. Als ich ein junger Mann war, da habe ich mal wirklich, da war ich so 18, 19, da bin ich noch mal auf die Schule gegangen. Da war ich auch so als Jüngling entflammt, so Romantiker und so. Und da habe ich echt gedacht, so, ey, es muss doch eine gerechtere Weltordnung geben. Und ich habe dann, kein Witz, wirklich mal fast eine ganze Nacht da gesessen, so am Schreibtisch, Kaffee, Diagramme gemalt und so. Und der junge Frank Stoner auf der Mission, eine neue Ordnung zu schaffen. No shit! So auf dem Film war ich damals. Da bin natürlich, klar, wie kann es anders sein, du fällst natürlich runter, irgendwann am nächsten Morgen. Und dann war mir echt klar, also ich finde hier nichts, was irgendwie einfach gerecht wäre, was allen gerecht wird. Ich finde da nichts, ich kann das nicht. Und mir ist aber dann auch innerlich klar geworden, und die Lektion habe ich damals schon gelernt, dass es so eine, mit so einem geht, wie ordnet man eigentlich die Menschen, wie organisiert man Menschen. Weil das ist ja die Grundfrage von Staat. Da machen wir, wie am Anfang, machen wir ja kollektivistisch oder individualistisch oder all diese Fragen, wo sich schon die Griechen darüber Gedanken gemacht haben. Haben wir eine Demokratie oder Tyrannis oder Monarchie und all diese Fragen, Aristokratie, Oligarchie. Wie ist es am besten? Wie organisiert sich der Mensch am besten? Auf diese Frage gibt es eben keine reine Kopfantwort. Da wo ich herkomme in Chemnitz, das war das ehemalige Karl-Marx-Stadt. Das ist das Karl-Marx-Monument, das ist ein einziger großer Kopf. Nur Kopf! Das ist genau die Symbolik. Das ist nur Kopf. 1900, streng, männlicher Kopf, streng, reinschauend, Bart und so. Das ist nur Kopf. Das ist kein Bauch, das ist kein Herz, nichts. Das ist nur Kopf. Die Wahrheit ist aber, dass wir Menschen uns aus der Natur heraus organisieren können. Und da geht es aber ohne Kopf. Ne, vielleicht nicht ganz ohne Kopf. Man sollte den Kopf schon immer noch behalten. Er gehört auch zu uns. Man sollte ihn jetzt auch nicht unterdrücken. Aber, versteht ihr, es gibt auch eine natürliche Ordnung. Eine natürliche Ordnung. Und die scheint mir aber weit weg zu sein von diesen großen pyramidenartigen Staatsstrukturen mit mächtigen Hauptstädten und dann wieder großartigen Bauten und so weiter. Sondern diese Spirale, die ich euch vorhin aufgezeigt habe, die ist vielleicht auch, könnte man auch so nehmen als Spiegel, wie wir uns eigentlich als Gesellschaft anordnen können. Nämlich auch da wieder. Der Staat ist mal bei dir selber. Und da geht es schon los. Wir sprechen so oft von Verantwortung übernehmen. Das fängt bei dir an. Das fängt bei mir an. Das fängt an im Staat der Frank Stoner. Wie sieht es denn da aus? Ist der Staat Frank Stoner? Ist es da locker? Oder herrscht da auch irgendwo harte Diktaturen, harte Regeln? Da geht es schon los. Eigenverantwortung. Wie ist denn eigentlich dein Staat organisiert? Das solltest du dich erst mal fragen. Wie bist du selber so? Und wie bist du zu dir selber? Und da drückst du in dir Dinge oder lässt du Dinge eher mal raus? All diese Sachen. Da mal schauen. Und dann geht es wieder so los. Also wir starten bei uns. Und dann, wie ist es in unserem Umfeld? Wie ist es in unserer Familie? Wie ist da das Klima? Wie sind da die Regeln? Und sein und sein, leben und leben lassen. Wie funktioniert das Staat? Und dann kannst du immer weitergehen. Auch wiederum von der Familie, dann eben wiederum in die Nachbarschaft, in den Kiez, zu deiner Arbeit, wie auch immer dich beschäftigst im Leben. Und auf all diesen Armen von dieser Spirale, dort kann Selbstorganisation stattfinden. Es fängt bei dir selber an. Und dann ist es eben an uns, wie wir unsere Nachbarschaft organisieren. Es ist an uns, wie wir unsere Städte organisieren. Und dann kannst du natürlich diese Spirale weiterziehen. Städte sind verbunden miteinander und ergeben Regionen. Regionen sind auch wieder miteinander verbunden. Und natürlich gibt es so etwas wie eine deutsche Kultur. Also auch keine Frage. Es ist so eine größere kulturelle Klammer, die so diese deutschen Lande zusammenhält. Aber da geht es dann auch wieder weiter. Und so sehe ich auch uns organisieren für die Zukunft. Meine Vision für die Zukunft, und ich halte das wirklich für realistisch, das ist keine Träumerei, weil sie verkaufen sonst immer als Tina, there is no alternative. So wird es immer gesagt. Das stimmt aber nicht. Es gibt immer eine Alternative. Aber es ist mit uns gesagt, es gibt keine Alternative dazu, zu Europa. Und das Ding muss immer größer werden und noch gewaltiger. Aber ich bin überzeugt davon, wir Menschen können auch ganz anders leben. Es ist nicht unsere Natur, die das verlangt. Wir müssen in so einem hierarchisch aufgebauten Pyramidenstaat leben, wo von oben nach unten irgendwie die Dinge laufen. Das müssen wir nicht. Also wir können es offensichtlich, aber es ist nicht so, dass wir es müssen. Wir können eben genauso eben eher so etwas Rundes leben, Spirale, kreisförmig, wo wir auf Augenhöhe sind miteinander, wo nicht einer über dem anderen ist. Und wo die Leute miteinander die Entscheidungen treffen, die sie angehen. Und die meisten Entscheidungen, die sind dann auch regional. Das heißt, ich sehe dann eher in Zukunft, wenn das mit diesem Nationalstaat mal alles vorbei ist. Und das scheint so zu sein. Also im Moment ist die Entwicklungen riesig so. Also die Welt verändert sich. Das kann auch keiner von uns aufhalten. Und hey, ich will nicht in diese NWO gehen. Also mit Sicherheit nicht. Aber ich sehe auch Alternativen. Und die Alternative ist dann eben die Regionen stärken. So wie es auch früher schon mal war. Das ist das, wo wir hergekommen sind. Früher gab es nicht diesen deutschen Superstaat. Ja klar, es gab ein Kaiserreich und es gab einen Kaiser. Aber der hatte relativ wenig zu sagen. Glaubst du, der Kaiser konnte irgendwie jetzt den Leuten in der Stadt sagen, nennen wir mal Mainz, glaubst du, der konnte denen da sagen, was sie zu tun und zu lassen haben? So einfach ging das nicht. Nee, die Städte waren frei. Es waren Reichsstädte und so weiter und Regionen. Und das hat früher super funktioniert. Über lange Zeit. Und das scheint mir auch wesentlich natürlicher zu sein. Natürlich gibt es dann eben noch so einen großen Überbau. Also allein schon unsere Sprache, deutsche Sprache und so weiter, die verbindet uns. Aber es hört eben auch nicht bei Schwarz-Rot-Gold auf, weil da kann ich mit jemandem, mit einem Alemann oder jemandem von der Schweiz, kann ich genauso reden. Der hat aber eine andere Flagge. Also das hat da mal nichts zu tun. Volk ist gewachsen, natürlich. National, das ist ein Konstrukt. Gibt es auch so Worte noch wie, hier neue Worte, so Nation-Building. Kennt ihr doch, oder? So ein typischer NWO-Begriff, so ein NLP-Begriff, Nation-Building. Wir bilden uns einfach eine Nation. Das ist, was du nämlich machen kannst. Ein Volk kannst du nicht bilden. Das kannst du nicht einfach basteln. Das geht nicht. Das ist natürlich gewachsen so. Eine Nation, die kann man bauen. So wie die Amerikaner, die haben jetzt gesagt, okay, bei denen passt das auch. Ich meine, da kommen auf einmal in der amerikanischen Geschichte, da kommen Leute aus aller Welt und bilden ein neues Land. Ja, die können eine Nation bauen. Wir in Deutschland brauchen das nicht, weil wir haben ein Volk. Also das ist so, da brauche ich nichts bauen. Aber Nationen werden gebaut und das macht man dann eben genau so, indem du dann Völker vermischst, bauen wir jetzt eine neue Nation. Nation-Building. Nirgendwo auf der Welt kann man das machen. In Afghanistan, komm, wir bauen das jetzt mal neu. Nation-Building. Das zeigt schon alles, in welche Richtung es geht. Aber Volk, das, was wir wirklich sind, das kannst du nicht bauen. Das kannst du so nicht manipulieren. Das ist echt. Ja, und in diesem Sinne möchte ich es für heute dabei bewenden. Und ja, würde mich wieder freuen, wenn ihr Kommentare schreibt. Das ist ein kontroverses Thema. Kann man auch in alle Richtungen sehen. Und freut mich, wenn es euch inspiriert hat. Vielleicht den einen oder anderen Gedanken mal mitnehmen. Und ja, wir müssen den Schluss machen, weil heute spielte euch schladen. Wir müssen es raus, ja, schladen. Jetzt geht es gleich los. Also, schönen Tag, wir schauen uns Fußball an, oder? Wir müssen es raus, ja, schladen. Wir müssen es raus, ja, schladen.